Sehr geehrter Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Runde Star Wars Battlefront mit Dragonstrider. Hallo. Den habe ich auch in der Beschreibung oder Endcard verlinkt. Ich glaube auch sogar beides. Wir spielen, was spielen wir? Gefecht. Ja. Gefecht ist das mit den Droiden, ne? Hä, wieso bist du im Gegnerteam? Ja gut, dann zerstöre ich dich jetzt mal. Ja, eh nicht. Ich habe mich ja schon eingespielt. Vermutlich laufen wir uns keinmal über den Weg. Achso, das ist was mit dem, je mehr kürzest, dass so besser gewinnt man. Ja, Team Deathmatch halt ganz normal. Hm, ich liebe die Map. Okay, Shotgun. Hm. Lauf bei mir halt nicht so. Ich mag die Map-Bild so. Und die andere mal. Ich mag die hier nicht so. Das ist alles so eng. Die Shotgun-Typen rennen hier über rum. Soll ich auch mal Shotgun-Type sein? Hab dich. Als ob du das warst. Ich nehme jetzt die Shotgun. Ja, komm, mach mal Shotgun-Action. Ja, Mann. Mit der war ich mal ganz gut. Da habe ich aber auch mit Controller gespielt. Oh, ich hätte vielleicht meine Sniper ausrüsten sollen. Hast du zufällig Sniper im Kit? Nein. Ha! Keiner hat Sniper im Kit. Von meinen Mates. Der ersten habe ich. Ich komme mit der nicht zurecht. Mit der Shotze. Ich treffe keinen Schuss. Ich habe schon einen Kill. Mit der Pumpe. Oh, weg, 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 weg. Nein. Okay, gut. Das war es doch nicht. Ich habe sie irgendwann noch angeholt. Ohne Pumpgun, leider. Aber mit Granate. Diese Droiden sind nervig. Komm schon, bitte, du warst das... Ohne, schade. Ich gehe mal ins Gebäude rein. Ich bekomme nur Umgebungsbomben. Umgebungsbomben sind aber geil. Damit kannst du richtig viele Kills machen. Ach, unser Mates. Mann, ey. Ich denke halt immer, da ist ein Gegner. Und dann, bam. Versuche ich ihn zu holen. Kriege es aber nicht hin. Als unser Mates ist. Ach, der mal im Plotter. Ja, ich habe dich gesehen. Ach, dein Droide hat mich getotet. Ganzhaft? Meiner? Ja. Oh ja. Hast du toll gemacht, Droide. Ich glaube, mein Partner kämpft gerade mit dir und du hast ihn getötet. Ja. Wir müssen. Mit der Pumpgun. In der Ecke. Ich fahre gerade... Ich renne hier halt quer immer über die Map. Und hole alles, was mir im Weg steht. Oh, da stirbt man einem, was mir im Weg steht. Obwohl er das... Ich spiele halt gerade mit zwei Granaten. Hat den Dione-Torpedon noch dabei, aber der bringt halt gerade nichts. Na, hättest du vorher einschleppen müssen. Ach, der, 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 der Mensch, Partner hat zwei Granaten. Dann klau ich mir doch dem sein Kitt mal. Ich weiß gar nicht, was mein Partner hat Kittet. Moment halt, Granaten. Die bei Kontakt explodieren. Kontakt, Kontaktgranaten sind wesentlich geiler als die, äh... Wie heißen die Teile? Nicht Ionen-Granate, Granaten, sondern die anderen. Als ob ich den bekommen habe. Ich habe 14 HP. Ich habe, habe ich dich gerade besiegt? Ne, ich habe ihn anders besiegt. Ich laufe gerade, ich bin gerade unter dieser Brücke gewesen. Ich seh dich! Ach, ich habe dich assisted. Ich war der Nervig in der Dekomenten. Der Uf, der Uf, der Uf Helge hat mich umgehauen. Das war mein Kamerad. Na, na dann. Mit dem habe ich eben auch in der Runde gespielt. Da war er mein Kamerad. Ich sollte nicht auf dieses offene Gelände, ich, laufen. Bist du das gewesen? Nein. Komm mal, komm mal nach unten. Komm mal nach unten. Unter die Brücke. Unter die Bühne da. Brücke oder was auch immer das ist, ja. Wir führen gerade, ne? Ja, komm mal runter. Ihr seid schon scheiße. Komm mal runter. Ja, warte. Ich glaube, ich ziehe dich sogar durch die Waden. Kommst du? Ja. Ey, alter Mann ist kein D-Zuch. Das bist nicht du. Doch, ich war hinter dir. Ich habe mich nur selber mit meinem Thermaldetonator umgehauen. Na, aber da kam auf einmal noch einer von hinten. Ich war der von hinten. Nein, du. Ja, aber ich in dem Moment... Ich habe mich selber mit meiner Nate umgehauen. Also, von mir aus gesehen warst du hinter mir, nachdem ich mich umgedreht habe. Ja, das kann sein, ja. Holla, die Waldfee. Ich habe gerade mega one-shotted mit der Pampe. Hast du das nicht bei mir auch? Hm? Bei dir? Nein, dich habe ich nicht geholt. Was halten die alle? Ich renne gerade fast durch die Flach. Ich bin wieder unten bei dem Dings gewesen. Der, dieser, dieser, dieser Uff, ne? Der, der Zivildator hat gerade so aus, als würde er tanzen, Mann. Ich stehe 8-7. Du stehst 11-12. Okay. Du bist länger dabei, möchte ich nur mal anmerken, ne? Also in der Runde. Ich bin ja nachgejoint. Hm. Äh, nein, du bist nicht länger als ich in der Runde. Du bist länger als ich in der Runde. Ich bin dir nachgejoint. Ich bin dir nachgejoint, ne? Nein. In der letzten Runde. Ernsthaft. Du warst in der letzten Runde gar nicht bei mir angezeigt. Ich stehe nicht. Ich habe irgendwas angehittet. Ich rolle in meine eigene Nate rein. Ich bin ja so ein Pros-Player. Ich habe gerade irgendwen noch geholt. Wo ist ich hier jetzt? Wo ist er spawnen? Ich glaube da. Oh, danke. Ach, immer diese Superleg. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Ich war tot. Deswegen habe ich so rumgeächtzt. Weil ich halt nie treffe. Ich wies sie mit der Pumpgun auch nie an. Ich wies sie immer aus der Hüfte. Irgendjemand stand vor mir und ich stand hinter dem Baum, habe eine Kontaktgranate geworfen und mich selbst damit getötet. Auch gut. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? In einem Gebäude? Nein. Ich bin gerade im Gebäude. Suche, Freunde. Hilf mir hinter Francherie-Geschütz. Reiche mich. Bitte. Leul, ich habe einen Kill gemacht mit dem Francherie-Geschütz. Ja, das war ich. Mann, ey. Ich habe noch einen. Du warst der Zweite. Ja. Ich habe keinen gekillt. Das ist doch kacke. Komm schon. Letzte Runde war ich Last Kill. Ich habe mich so geschämt. Der End ist der Uff, Alter. Der Uffs. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Easy. Ich bin hinter der Zweite aus unserem Team. 18, 16 ist okay für mich. Easy. Für mich ist 10 zu 11 auch relativ gut. Ja, ich muss kurz gucken auf die Uhr. Wir haben noch Zeit. Was musst du nur machen? Ähm, leften wir? Oder, ne, komm, lass drin. Aber ja, doch leften, damit ich mein Kit... Ja, leften, damit ich mein Kit... ...nehmen kann. Muss ich auch leften? Ja, ich glaub schon. Ich bin jetzt Stufe 10. Ich auch. Gerade gewonnen. Jetzt mit Bonuspunkten. Ja, ich habe 2440, wenn er den zurückkommt. Das hatte ich vorletzte Runde. Ich muss die leider nachkommentieren, weil ich mich halt gemutet hatte die komplette Zeit. Als Partnereinladung, so. Ja, warte, warte. Sammeln. Ja, genau, da muss ich auch noch hin. Zum Sammlungen. Ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit der ersten Runde. Wir nehmen gleich vielleicht noch eine zweite Runde auf. Obwohl, wie lang war die? Hast du zufällig irgendwie Zeit im Kopf? Hm, hm, war nicht lang. Dann sehen wir uns nach kurzem Cut wieder. Wenn das zu lange war, dann verabschiede ich mich nochmal. Haut rein, 5.6. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.